Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen auf ml24.shop In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr eine Rückmeldung Diagnose erstellen könnt. Wozu benötigt man sowas? Wenn ihr zum Beispiel euer Auto-Gerät irgendwas durchführen sollte, aber kann es nicht durchführen oder ihr habt eine bestimmte Frage an den Techniker, dann muss man das auf jeden Fall machen, damit der Techniker weiß, um welches Fahrzeug es sich handelt, um welches Diagnosegerät es sich handelt und dann sendet ihr uns einfach die Seriennummer des Gerätes zu, nachdem ihr das Ganze durchgeführt habt. Hier steht zum Beispiel die Seriennummer drauf, damit wir unsere Techniker ein bisschen beeilen können, dass sie auch etwas schneller schaffen. Wo bekommt man die besten Diagnosegeräte? Zu dem besten Preis mit dem besten Support. Natürlich auf www.ml24.shop oder auf mitmannlive.de. Das ist eins zu eins die gleiche Seite und da haben wir verschiedenste Rabatte, verschiedenste Aktionen für euch, verschiedenste Spezialwerkzeuge und so weiter. Als erstes müsst ihr euren VCI mit dem Fahrzeug verbinden. Dann gehen wir ganz normal hier auf Diagnose drauf. Wir müssen ja auch wissen, um welches Fahrzeug es sich handelt. Wir haben hier ein BMW, das immer durchlesen oder auch direkt auf OK danach draufklicken. Das sind einfach Bestimmungen, die man auf jeden Fall erfüllen muss. Sonst kann man damit auch nicht arbeiten und kann auch keine Fehler auslesen, weil sich da Auto natürlich auch absichern muss. Dann könnt ihr entweder auf automatische Suche gehen, dass es auf jeden Fall ganz genau weiß, um welches Fahrzeug es sich handelt. Oder direkt auch von hier schon einmal eine Rückmeldung geben. Wir wollen aber nicht von hier arbeiten, sondern wir lassen das Fahrzeug finden, gehen auf die automatische Suche, lesen der Fahrgestellnummer. So, da steht unser schönes Auto. Und das Fahrzeug wurde eingelesen. Ihr wollt irgendeine Sonderfunktion durchführen und diese Sonderfunktion wird bei diesem Fahrzeug nicht angezeigt oder wird nicht unterstützt, dann brauchen wir auf jeden Fall unsere Techniker dazu. Jetzt werden die kompletten Systemdaten geladen vom Fahrzeug. Man kann auch natürlich Fehler auslesen, weil oft können die Techniker dann auch sehen, so, wieso kann die Sonderfunktion nicht durchgeführt werden, zum Beispiel eine Rußpartikelfilter-Regenerierung. Wenn da jetzt ein Fehler im Motorspeicher hinterlegt ist, dann darf keine Regeneration des Partikelfilters geschehen, weil ansonsten der Motor Schäden tragen kann oder irgendwas entzündet sich oder, oder, oder. Da gibt es halt viele verschiedene Gründe, warum das der Hersteller selber auch nicht erlaubt, es so durchzuführen. Aber dann können es die Techniker ganz einfach erkennen. Achtet natürlich auch bitte darauf, dass eure Zündung eingeschaltet ist bei BMWs, auch bei solchen Modellen. Da muss man dreimal auf Startknopf drücken, damit er auch bei Zündung anbleibt. Schaltet bitte alle Verbraucher aus oder kauft euch endlich mal einen T30.000er, welchen ihr bei uns auch im Online-Shop findet, um die Batterie zu unterstützen. Weil wenn ihr sogar eine Kodierung durchführen möchtet und die Spannung fällt einfach unter 13 Volt sogar, dann kann das Ganze auch schief gehen. Normalerweise müsst ihr dann ca. 14 Volt einstellen. Dann muss das Ganze unterstützt werden, also die Bordnetz-Spannung. Und dann könnt ihr auch kodieren oder programmieren, je nachdem, was ihr ein Gerät überhaupt habt. Weil kleine, günstige Geräte können weniger durchführen als große, teure Geräte. Ist ja auch verständlich. Von irgendwo muss ja auch der Preis herkommen. Und hier in der oberen rechten Ecke könnt ihr auch die Spannung sehen. Da ich ja nicht kodieren muss, sondern euch einfach nur irgendwas vorführen, schließe ich das Ganze jetzt nicht an. Aber da beobachte ich auch, dass es nicht weiter absinkt. Also schauen wir mal. Wir wollen eine Wartungsfunktion zum Beispiel durchführen. Und die Wartungsfunktion wird bei diesem Fahrzeug nicht unterstützt. Zum Beispiel Batterie anlernen oder irgendwas anderes. Wir klicken da drauf. Batterie. Tausch registrieren. Verbindung mit dem Fahrzeug wird hergestellt. Batteriewechselverlauf anzeigen. Oder registrieren Sie einen Batteriewechsel. Ich will mal einen Verlauf angezeigt bekommen. Wenn kürzlich ein anderer Batterietyp verbaut worden ist. Und, und, und. Also natürlich immer alles durchlesen. Aktuelle registrierte Kapazität sind 80 Amperestunden. Letzter Batteriewechsel. Null Kilometer her. Und, und, und. Okay. Zurück zur Auswahl. Batterieregistrierung. Und was wollen wir machen? Hier. Bitte geben Sie Batteriewechsel rein. Gleiche Kapazität. Höhere, niedrigere Kapazität. Und so weiter. F1. Handelt es sich bei neu verbauten Batterie um ein Originalbauteil? Nein. Wenn es so ein Originalbauteil ist, dann müsst ihr natürlich Ja anklicken. Motor Elektronik wurde Batteriewechsel erfolgreich registriert. Bei diesem und diesem Kilometerstand. Auf Weiter. Wenn es aber jetzt nicht funktionieren sollte. Okay. Die Uhrzeit alles stimmt. Alles korrekt. Servicefunktion abgeschlossen. Wenn es aber jetzt nicht gehen würde, dann müsst ihr hier oben rechts einmal draufklicken. Jawohl. Ein Fehler ist beim Lesen. Nein. Ein Fehler ist beim Zugang auch nicht. Ihr müsst dann auswählen, was da falsch gelaufen ist. Ein Fehler ist bei einer Sonderfunktion oder bei einer Ausführung der Sonderfunktion aufgetreten. Bei mir war es zum Beispiel nicht der Fall. Aber wir gehen davon mal aus, dass es auf jeden Fall war. Oder andere Fehler. Wenn ihr nicht wisst, was ihr da anklicken sollt. Die Techniker, die werden sich schon drum kümmern. Aber bei uns hat zum Beispiel eine Sonderfunktion nicht funktioniert. Klicken hier auf OK. Und dann seht ihr auch schon, was haben wir hier alles. Wir haben einmal das Datum. Wir haben auch das Fahrzeug, bei welchem das passiert ist. Wir haben die Version, mit welcher wir gearbeitet haben. Es könnte ja auch sein, dass ihr veraltete Updates habt und deswegen das Ganze nicht funktioniert. Ihr wollt jetzt irgendwas codieren oder irgendwas machen. Da könnt ihr genauso alles hier tun. Anhänge kann man natürlich auch auswählen. Wenn man irgendeinen Anhang hat, zum Beispiel ein Foto oder eine PDF-Datei. Wir haben hier aber eine ZIP-Datei. Also von dem kompletten Auslesen. Bitte Kontaktdaten angeben. Und ein Grund. Detaillierter Grund. Bitte den hinschreiben. Und sobald ihr den Grund hingeschrieben habt. Wir machen hier mal Test. E-Mail-Adresse. Oder Telefonnummer. Und wenn wir oben auf Senden klicken, dann wird das Ganze auch versendet. Wo finden wir jetzt eine Antwort, wenn jetzt eine Antwort kommen sollte? Irgendwann kommt eine Antwort. Deswegen solltet ihr auch bitte drauf schauen, ob die bei euch eingegangen ist. Wir gehen hier komplett auf zurück, 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 zurück. Wunderbar. Wir haben den VCI nicht vergessen im Kundenfahrzeug. Das ist auch ganz wichtig, weil die werden sonst viel zu teuer sein. Wir scrollen nach rechts rüber. Und dann haben wir hier einmal diese Unterstützung. Und dann können wir auch hier die Datenprotokollierung sehen. Die klicken wir natürlich auch an. Und dann können wir sehen, hier ist ein Fall. Der ist offen. Wunderbar. Wir können auf diesen Fall reingehen. Oder hier keine Rückmeldung. Geschichte. Jetzt bin ich da drauf gegangen. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel sehen, dass die Daten verschickt worden sind. Geschichte von den Fahrzeugen. Seht ihr, was wir an dem Fahrzeug so alles schon gemacht haben. Und da können wir das Ganze auch bearbeiten, was wir da so haben. Und hierhin wird auch die Antwort kommen. Dann steht er nicht offen, sondern bearbeitet. Und dann seht ihr komplett alles, was die Techniker euch geschrieben haben. Aber wie gesagt, nicht vergessen uns die Seriennummer zukommen zu lassen, damit das Ganze auch viel schneller funktioniert. Hier hat man eine Community. Da hat man eine Möglichkeit, auch mit verschiedenen Leuten zu kommunizieren. Was da zum Beispiel Sache war. Das ist auch auf autol.com möglich. Da sieht man auch, was so bei den anderen Herstellern oder bei den anderen Kunden geschehen ist. Je nachdem englische Sprache oder deutsche Sprache. Aber so einfach ist das Ganze, damit helft ihr nicht nur euch selber, sondern auch uns. Weil am Telefon, es gibt zig verschiedenste Fahrzeuge, zig verschiedenste Automarken, zig tausend von Fahrzeugen. Bei jedem Fahrzeug gibt es halt irgendeine Sonnefunktion, die zum Beispiel funktioniert oder nicht funktioniert. Und ihr wollt das wissen. Und leider können wir als Menschen nicht alle Fabrikate, alle Fahrzeuge im Kopf haben. Die Techniker haben es natürlich auch nicht. Die haben auch eine Datenbase, Datenbank und die können das Ganze auch viel schneller analysieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr die schönen, interessanten Videos von uns weiter sehen könnt. Bis demnächst. Euer Mitmann live auf dem Kanal ml24.shop. Ciao.